Taxifahrer könnten unsere Pakete AUSELIER4 in Anführungszeichen der Online-Handel boomt, die Paketdienste liefern, und verstopfen in unseren Städten die Straßen. Lieferwagen, die in zweiter Reihe im Weg stehen, sind Alltag. Amazon überlegt darum, wie sich die Masse der Lieferwagen verringern ließe. Theoretisch könnte auch ein Taxifahrer unsere Pakete AUSELIER4 in, sagte Ralf Kleber, Deutschlandchef des Versandhändlers, im Interview mit der. Überhaupt ist die letzte MELI, also der Weg vom Lager zum Kunden, das Zukunftsthema für den Versandhandel. Wenn Pakete mehrmals zugestellt werden müssen, weil Kunden nicht zu Hause sind, treibt das die Kosten in die Höhe und kratzt an den Gewinnen. Kommt der Amazon-Boote bald in die Kundenwohnung? Ein Modell ist für Amazon, Pakete direkt in den Wohnungen oder Autos seiner Kunden abzuliefern. Deutschlandchef Kleber Idealerweise passt sich der Fluss des Paketes an ihren Tagesablauf an. Deswegen jetzt wird es für Sie auf die Uhr ausgeliefert, die auf die Uhr ausgeliefertigt werden.